Hallo Leute und herzlich willkommen zu SHIELDWALL Speziell auf jeden Fall Wir spielen Singleplayer, Kampagne Und diesmal das zweite Battle Und zwar Battle of Voskis Ja das spielen wir jetzt diesmal Wir machen Okay wir machen einfach nochmal Ich dachte wir nehmen super hardcore schwer Aber ich denke das wäre nicht so gut gekommen Auf jeden Fall Ja genau Ich würde sagen wir pressen hier wirklich direkt ein Und holen uns mal ein paar Truppen an Wir können sowieso noch nichts verbessern Von daher wir warten noch ganz kurz Erstmal ein bisschen Okay wir haben schon genug Truppen scheinbar Alles klar Ich würde sagen wir investieren direkt erstmal Für ein Wieso kommt denn ein Tutorial die ganze Zeit Das musst du mir nicht erklären Oh lol Ah die Feiten da Okay Warte ganz kurz die Map Ah ok es sind nur diese Punkte Okay chillig Wollen wir noch ganz kurz warten bis wir Okay ne komm Wir attacken einfach einmal Weil dort haben wir jetzt schon ein paar Truppen verloren Die sind jetzt geschwächt Und solange die ihre Flagge noch nicht komplett gehisst haben Können wir die noch fertig machen Oh scheiße sie haben sie gehisst Okay ja jetzt wird es schwierig Weil jetzt können die hier immer neu spawnen natürlich Und wir nicht Aber vielleicht Wir können hier einen auch so ein bisschen abboxen Aber ok besser nicht Tja ich Wir kommen auch immer so auf die Fresse Okay ne klappt nicht gut Oh 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 Rückzug Scheiße man Oh lol Als ob Als ob sie jetzt alle kommen Oh nein Bitte nicht Bitte lasst mich einfach in Ruhe Nein Leute lasst mich doch rein Ey Leute hallo Oh Gott ich komm jetzt nicht mehr rein Was mach ich jetzt Hilfe Ich lock's einfach wieder weg Hä Was mach ich denn jetzt Aua Ja scheiße Okay eilt mir zu Hilfe Leute Aua Hier die Feiten ist dort Ich spamm hier schon wieder ordentlich Leute hin Damit die mich direkt unterstützen könnten Alter Eskaliert ihr komplett Aieieiei Alter Oh lol Jetzt schlagen hier die Tore ein Egal Meine Leute stehen hier ready Scheiße Alter Wir kommen direkt auf die Fresse Wir holen uns aber jetzt erstmal Ach scheiße Wir können jetzt gar nichts holen Och nein Na warten einfach Bis die das Tor kaputtgeschlagen haben Oh Gott Und ja jetzt Spam ich hier noch neue Truppen Und die machen die anderen kaputt Ja sollte ein easy Easy win sein Ja guck Aber jetzt haben wir wieder zu wenig Gold Alter Auch jetzt ist Orange schon wieder da Ähm Machen wir nochmal so eine Wall Oh Gott aber wir müssen nicht so Hm Die sind dort wieder am Feiten Aber die können halt neu spawnen Ne Wobei es ist nur ein Typ Oh mein Gott Gut sie können respawnen Da muss man Äh Beachten Aber Wenn wir die jetzt so schnell einnehmen hier Guck mal die werden wir den so fertig machen Direkt Oh Gott Alter Jetzt können wir hier direkt einnehmen Ich will aber Shift drücken zum Brennen Aber das funktioniert nicht Ja gut Leute So geht das doch Das Problem ist Wir werden jetzt wahrscheinlich ein bisschen gesandwiched Hä Wieso läuft der die ganze Zeit Hilfe Hä Was war das denn gerade für ein Bug Naja egal Ähm Haben wir jetzt wieder genug Gold Oh jetzt haben wir genug Gold Wir holen uns einen Standardentyp Und wir hören mal Ach scheiße Äh wir können so wenig Alter Zumindest können wir jetzt das hier wieder Aber Wir müssen jetzt erstmal wieder ein bisschen Punkte sammeln Und da sehen wir auch schon kommen die ersten Okay warte Wir machen Äh Shield Weil ich weiß auch Können die haben keine Speere Ja komm Attack Leute Gönnt euch Okay wir gucken ganz kurz Wir können jetzt Theoretisch Äh Kommen wir holen uns einen Spearman Damit wir dann die Legionäre Äh holen können Ich denke das macht am meisten Sinn Okay wir müssen ein bisschen Aufpassen auf die Okay die chillen dort Okay das ist relativ nice Wir haben trotzdem ein paar Leute verloren Tatsächlich Ja die kommen auch direkt wieder Man Lassen sie diesmal etwas näher rankommen Oh lol Was hab ich jetzt gemacht Oh shit Warten wir rennen weg Leute Taktische Abhauung Wir lassen jetzt die zwei kloppen Und jetzt Warten wir ganz kurz Und rennen jetzt dann wieder ein Warte erstmal Erstmal noch kurz kurz Hallo Q Hä ich will Update Achso Jetzt geht's Update erstmal Und jetzt zack alter Richtig asozial einfach Aber Das ist halt einfach Taktik Ja nice Leute Wir haben nur einen Mann verloren Das ist tatsächlich sehr gut Ähm Wir respawnen den Respawn Wir respawnen Natürlich direkt Oh die kommen jetzt auch schon wieder Okay warte Wieder taktisches Abhauen Leute Weil da unten kommen auch schon welche Wir verstecken uns hier so ein bisschen Hm Im Gebüsch Okay warte funktioniert nicht Wir warten einfach so Und jetzt kommen dann die anderen Genau Dann können die wieder fighten Wir stehen da dazu Dass wir Alter Dass wir unseren Punkt hier nicht so schnell verlieren Genau Und dann wenn die sich so fertig verklopft haben Rennen wir wieder rein Ja jetzt zum Beispiel Guck Wieso stehe ich denn dann vor Dass da vorne schon wieder Ist nicht so gut Wir holen uns jetzt auch direkt die Legionäre Denn die sind glaube ich Wesentlich besser Hä Mein Typ backt schon wieder rum Was ist das Hä Manchmal rennt der einfach von selbst Irgendwie Irgendwohin Okay Legionäre Haben nämlich mehr HP Und machen auch 5 Damage Immerhin Oh lol 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 Das habe ich jetzt gerade voll verpennt Tut mir leid Leute Oh nein Oh nein Jetzt geht der taktische Überfall schief Greift doch an Leute Was ist mit euch Oh Gott Alter Oh Gott Es eskaliert Wir haben ein Aua 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 Wieso schlagt die mich denn Oh nein Alter Wir haben ein Problem Wir haben ein Riesenproblem Wir können nicht mehr spawnen Und ich kann nicht mehr rennen Hilfe Oh Gott Alter Oh jetzt muss ich hier trotzdem Meine Stärke beweisen Guck mal Zack Alter Bam Aua Aua Alter der macht mich fertig Wieso denn Ach scheiße Ich schlack die ganze Zeit daneben Ich bin tot Alter so lost auch Okay Das Gute ist Wir können jetzt hier direkt wieder aufladen Mit Legionären aber nur Da haben wir nur die krassen am Start Kommt Leute Ein bisschen mehr Nicht bummeln Äh Limit of Units können wir danach auf jeden Fall auch noch erhöhen Weil sonst geht das hier glaube ich nicht so Gut vonstatten Alter Oh lol Wir werden attackt Okay Let's go Das Gute ist Wir können hier noch stehen Und hier immer noch spawnen Und wir können jetzt auch Warte wir machen jetzt mal Gold per Minute Das ist ja diese Burg Und Kosten werden auch gesenkt Ich glaube das ist nicht mal so scheiße Ich glaube das ist sogar richtig schlau Hm Okay die Orangen rennen jetzt direkt weiter Machen wir einfach Interhalt Und nehmen wieder C ein Ich weiß gar nicht Ist das C hier in der Mitte Ich glaube schon Oder vielleicht auch D Naja auf jeden Fall eins von beiden Und das nehmen wir jetzt hier wieder ein Lockerflockig Ah nee ist D Okay Alter wie schnell das auch geht Nice Okay Alter jetzt geht auf jeden Fall Das Gold geht jetzt schnell Hm Das war nicht so dumm Als nächstes machen wir dann Trotzdem mal noch HP und Damage Wobei Damage haben wir ja schon einmal Aber HP ist glaube ich auch nicht so dumm Wobei aber HP ist ein bisschen unnötig Oder Damage und Gold ist viel wichtiger Okay aber wir können jetzt auf jeden Fall Hier haben wir auch nochmal unsere Limits erhöhen Unsere Units Limits Tink halt Ey heute spart meine Tastatur irgendwie ganz extrem Jede Taste irgendwie Normalerweise ist ja nur W Und jetzt in der letzten Zeit auch ein bisschen S Aber oh lol Da kommen direkt die weitere Aber heute irgendwie backt ein bisschen alles rum Ich weiß nicht ob es am Spiel liegt oder an der Tastatur Ich vermute aber die Tastatur Ich weiß nicht Vielleicht ist es einfach schlecht eingesteckt dort Ja Bruder beruhig dich Ich schreien auch immer rum Wir können jetzt riskieren Komm wir riskieren jetzt Orange anzugreifen Weil die haben wir gerade fertig gemacht Die können noch nicht so viele Leute wieder haben Dann verlieren wir zwar wahrscheinlich D Aber das ist egal Weil wenn wir Orange jetzt fertig machen Weil wir sind glaube ich mehr Leute Dann kommt das glaube ich ganz gut Wir gehen schon mal zur Mauer Und machen die schon mal kaputt Kommt Leute Ich habe mich einfach durchgepackt Die backen uns einfach durch Oh shit aber das ist jetzt gar nicht so geil Ich erschlage einfach kurz die Typ da oben Oh mein Gott ich habe mich immer umgebracht Kommt Leute Attack Braucht noch eure Hilfe Aua 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 lass mich in Ruhe Oh Gott Alter Oh nein Alter Hör wieso bin ich denn Oh ich wurde erschossen Ups Meine Männer machen das Wir haben noch elf Leute Hä die nehmen das doch ein Ne rennt doch nicht zurück Leute Oh nein bitte bleib dort Ich drücke mal hold Wahrscheinlich bringt das zwar nichts Aber Bleiben die dort Bitte die bleiben Oh ne jetzt kommen die auf mich Oh ne bitte nicht Bleiben die bei Orange Wo sind meine Truppen Die brecken auf jeden Fall Das sehe ich Ja scheiße Wir müssen hier ganz kurz restocken Ja guck die kommen Ah das war ein guter Versuch Guter Try Aber nächstes Mal muss es noch besser gehen Ich will aber jetzt ganz kurz mal Mehr Gold Ist glaube ich viel wichtiger gerade im Moment Weil mit Gold können wir uns schneller mehr Truppen kaufen Oder holen Je nachdem Verstehe ich nicht Wieso ich jetzt Oh Gott Alter Wieso steht jetzt Limits of Units reached Aber wir sind doch erst bei Okay jetzt sind es 23 Ich verstehe es nicht Na Leute macht sie fertig Auf easy Genau Okay kommt Leute Kommt mit Kommt mit Ah wo Wo wart ihr denn Leute Oh lol Jetzt gibt es hier wieder Mega Clash Wir könnten jetzt abkürzen Oh ne warte Doch Wir kürzen ab Leute Und gehen jetzt zu Orange Weil die Feinden Ist dann da gleich Gegen Purple Oder Pink Oder Violett Oder was es ist Leute die haben auch keine Typen mehr Nur noch einer Der da oben Auf dem Turm steht Die anderen Den anderen Den anderen haben wir platt gemacht Oh Einer weniger Zwei weniger Lol das Tor ist noch nicht ganz Ha So lost Okay Leute Jetzt rennen die alle dahin Boah der wird so fertig gemacht Alter Armer Typ Armer Typ Okay Wenn wir A jetzt behalten könnten Wäre das Wirklich Premium Digga Oh ja Jetzt können wir die Mitte holen Boah dann wird das richtig geil So steht allerdings auch schon Lieder Lol wir haben Orange einfach ausgebrottet Okay Nice Das Ding ist Wenn wir das jetzt dann haben Dann würde es eigentlich relativ easy game Kommt Tag Leute Wir stehen schon mal direkt Oh nein Versuche hier direkt die Flagge anzufechten Achtung Achtung Standard man Alter Guck Aua Ich hab den geschlagen Oh ich hab meinen Ja perfekt Ja Leute So So muss das Guck Und jetzt können wir nämlich das hier auch direkt einnehmen Dann haben wir das Dann ist das hier Dieses Land soll mein sein Und das ist es jetzt So und jetzt machen wir hier so auf Bravo Mauen uns hier so eine Mauer auf Eine Mauer Ja genau Ja was macht ihr jetzt Ne Okay Attack Dann machen wir das auch Oh Gott Alter ich will zurück Hier wieder eine Stelle kassiert Alter Ich versuche jetzt immer wieder die Truppen Direkt auf 25 zu restocken Und Sobald die hier fertig sind Okay Rennen wir direkt weiter Weil die müssen jetzt da erstmal wieder ein bisschen respawn Natürlich Die haben dann eine gewisse Zeit Und in dieser Zeit Oh Gott Alter Held schon Oh da ist auch Aua Ah das ging doch ins Schild Das geht ja noch So wir machen die Tür direkt kaputt Das wird jetzt hart Oh nein Schon zwei Leute verloren Das ist unnötig Tatsächlich Oh wir verliehen zu viele Leute am Anfang Okay Attack Leute geht da rein Aua what Oh ich wurde einfach Schlimm getroffen Kommt schon Leute Bitte Kämpft euch durch Ich schlag auch noch rein Weiß nicht ob es was bringt Aber Ah das Ding ist Die können respawn Ich glaube das wird nix Leute Ne das wird nix Guck mal wenn wir nicht mehr noch sind Ne oh oh Zurück Alter wir haben fast 700 Gold Was ist das denn Lol Alter Aua Oh nein Oh Gott Hilfe W-Taste Oh mein Gott Im dümmsten Moment ey Immer dann wenn du von Armee wegrennst Spack dir natürlich rum Okay Leute 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 Ui 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 So Attack Leute Ich spawne euch schon mal neue Truppen Das Gute ist Aber ihr Tor ist jetzt kaputt Was machen wir jetzt am besten Haben wir noch was vom Standardentyp Oh ja Ich glaube wir machen jetzt aber noch Damage zum Schluss Ich glaube das bringt uns jetzt zum Schluss fast mehr Okay macht sie fertig Leute Sollte hier mal noch ganz viele neue spawnen Damit wir auch wieder eine Armee von 25 Leuten haben Okay und jetzt Leute Ja jetzt rennen Weil jetzt ist das Tor noch kaputt Jetzt können wir uns diese Zeit sparen Und direkt reinprasseln Die fertig machen Und das Gate einnehmen Oder also das Gate Das Ding einnehmen Die Flagge Oh aber es sind schon wieder sehr viele Oh lol ich sollte Ich renne immer rein Ich bin so ein Lulli Und ich bin tot Weil ich nicht weggerannt bin Perfekt Alter von uns leben noch viele Leute Komm schon rennt rein Jawohl das sind meine Männer Das sind meine Männer Ich hole euch hier direkt neue Truppen Und wir kommen Leute Wir kommen sowas von Attack Macht Attack Leute Leute die nehmen die Flagge ein Die nehmen die Flagge ein Oh nein nein geht 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 Alter was kommt ihr denn zurück Greif doch an Los Hä die rennen alle zurück Was sind die denn Hä Was ist jetzt los Ja wegschuldige Okay wir haben gewonnen Nice Gut gemacht Leute Hä wir sind im Schluss zurück Gerannt Alter Guck mal ich brauchte so viele Updates Scheiße Unsere Kurve Wir sind alle ziemlich genau gleich gut gewesen Dann gab es diesen entscheidenden Angriff von mir Und von Purple auch Und hat mir auch ein bisschen geholfen Haben wir Orange ausgerottet Und dann halt selbst Noch Purple fertig gemacht Genau Hier sieht man es ganz gut Auf jeden Fall Wir haben 256 Kills gemacht Wir sind 145 Leute haben wir verloren Tatsächlich am wenigsten Wir haben aber am meisten Kills gemacht Und sogar am wenigsten Ah ne am zweitwenigsten Leute geholt Äh das ist recht nice Also kann man Ich glaube man kann das auf jeden Fall So sehen lassen Sich genau Leute wenn es euch gefallen hat Lasst doch ein Like Und ein Abo da Und dann würde ich sagen Schaltet beim nächsten Video wieder ein Bis zum nächsten Mal Leute Tschüssi 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 Tschüssi